Der Bastian Ragas bekam die Sarah Laton oder wie das auch immer richtig ausgesprochen wird, an die Seite gestellt und ich muss sagen, ist mir egal, interessiert mich nicht, der Typ ist langweilig, hoch 10, auch sozusagen wo das verkündet wurde, der war ja genau fast so langweilig wie der Gil Oferim und das waren die sozusagen die zum Schluss präsentiert wurden, so als ob das sozusagen hier die Meller Highlights wären, also zwei Teenie-Schwarms, aber ich meine, er hat ja in der Boygroup getanzt, mal sehen, was es da gibt, aber der wirkt langweilig, der ist sicherlich auch langweilig.